so weiter geht es heute in diesem rennen ich habe das könnte bereiten die black hills rennen als julio ich habe das bhr steht für berein ein black hills rennen heißt das ding das ist ärgerlich habe das gesehen im letzten rennen ich kann man diesem auto nicht auf die pulpo nicht vorbei trotz windschatten ich habe keine chance da vorbeizufliegen das war's da muss ich auf den leger rankommen aber ich kann jetzt rankommen ich muss sagen dass das feuchte auto für die schritte ja neu starten ja bitte ich kann ich kann wie sie konzentrieren ich habe keinen dritten mehr gewinnen war es ist halt nur wieder mal frauen es ist wieder nur der dritte platz vier sekunden nächste ich will ja mein ziel ist es eigentlich nur ein fucking rennen zu gewinnen diese aufnahme das ist also wir haben an reichte den ersten platz das habe ich das kriege ob das Also ob ich jemals erlöster werde, in dieser Session darf ich es doch nicht, das ist grundsätzlich nicht möglich. Ich darf schon als Bentley fahren, aber 10 von 10 und ich darf nicht erlöster werden. Wahnsinn! Da kommen wir auch nicht ran da vorne. Da kommen wir auch nicht ran. Ich halte mich da nicht immer auf. Ich halte mich die ganze Zeit. Bremst mich schräg, dass ich nicht vorbeikomme. Ich werde dann von dem nächsten kassiert. Oh nein! Hätte mich nicht aufhalten, würde es die ganze Zeit. Der ist schon längst vorbei an euch. Ich bin wieder nur dritter geworden. Weil mich jedes Mal wieder einer auf den Sack geht. Weil die mir so wegbremsen. Ich darf nicht erster werden. Ich darf es nicht. Ich habe keine einzige Aufgabe geschafft. Weil die mir jedes Mal auf Eier gegangen sind. Und das hat nicht gewinnt. Warum auch? Momentan. Also gerade jetzt. Ja, ich habe ja nicht mal die Aufgabe geschafft. Ich muss ja das Ding nochmal schaffen. Soll ich das Ding auf leicht fahren? So. Dann fahren wir es halt nochmal. Bye. Bye! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020